Ich glaube ich bekomme einen Co-op, aber ich probiere einfach mein Glück. Was geht? Ich habe eine kurze Frage. Hau was? Und zwar habe ich hier einen Hotschip, okay? Ja. Und wenn du es schaffst, diesen Hotschip zu essen und eine Minute keine Reaktion zu zeigen, gebe ich dir 500 Euro. 500 Euro? Ja. Krass. Schaff ich. Schaffst du? Safe. Bist du dabei? Safe. Okay, let's go. Ey, wir haben jemand, Bro. Ich bin hier mit der lieben Emily. Wie würdest du diesen Hotschip essen? Okay, guck mal. Auf los geht's los. Dann machst du ihn rein. Kauen, runterschlucken. Ab dem Punkt, wo du runtergeschluckt hast. Machen wir deinen Timer an, okay? Ja. Okay. Drei, zwei, eins, los! Okay, sie hat's gemacht. Kauen, kauen, kauen und runterschlucken. Ist scharf? Ah, okay, gut. Du unten? Einmal läuft. Wir sind gleich fertig. Alles. Okay. Wir haben noch 40 Sekunden. Das ist so süß, Bro. Du baden gehst. Wie geht's dir? Ist gut. Die steht trotzdem vor der Kamera, Bro. Und zieht ihr Ding durch. Frauen sind krank. Sie hat noch 8 Sekunden. Wie geht's deinem Magen? Gut. Okay. Okay, und? Oh mein Gott. Alles gut? Ja. Eine Minute ist um. Das ist bestens. Aber warte, war das ohne Reaktion oder nicht? Ich kann's nicht einschätzen. Ja, war's. Okay, let's go. Sie hat's geschafft. Jetzt kannst du nicht. Packiere einen Freund in den Kommentaren, der es schafft, eine Minute keine Reaktion abzugeben. Falls ihr auch ein Hotchip bestellen wollt, erster Link in der Bio. Und warte, du hast dir auf jeden Fall das Geld verdient. Hast du echt gut gemacht. Wirklich. Danke. Man merkt, dass du auf jeden Fall nicht oft scharf bist, aber... Dankeschön. Seid ihr gegönnt. Pass auf dich auch.